Ich beantworte eure Fragen. Neulich habe ich euch gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Davon beantwortete ich jetzt ein paar. Magic Gnome fragt... Hashtag Facktops, kannst du Hula-Hu? Nein, kann ich nicht, aber dafür kann ich das hier. RFS Mark Hotdog fragt... Hashtag Facktops, wieso ist die Katze so fett? Wieso fragen wir dich einfach nach? Katze, komm mal her! Roti, was bist du jetzt schon wieder, Alter? Jemand hat gefragt, warum du so fett bist. Maschallah, was? Wer hat das gesagt? Sagt mir den Namen sofort, den mach ich fertig. Ähm, die Frage kam von RFS Mark Hotdog. Puh, ich streiche all meine Termine. Ich muss jemandem Besucher bestatten. Danke fürs Bestatt geben. Wallah, wenn ich den in die Hände bekomme, dann wird... Wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, dann schreibt einfach Hashtag Facktops und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.